Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja liebe Freunde, heute möchte ich euch das Album Baba Alla Babas von Rata vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja liebe Freunde, das Album Baba Alla Babas von Rata ist bereits im Mai 2015 erschienen. Ich habe die Box auf Amazon für 26 Euro bekommen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zum Album und zum MP3 Download. Gut, soviel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, pusht damit den Algorithmus und unterstützt mich dadurch, bekomme ich auch etwas mehr Reichweite. Vielen Dank. Gut, wir starten direkt mit dem Unboxing. Als erstes werde ich natürlich erst einmal die Folie entfernen und dann schauen wir uns erst einmal das Boxdesign an. Wie gesagt, mal wieder ein Unboxing holt zu einer etwas älteren Box. Also jetzt knapp sieben Jahre ist das Album alt. Gut, Folie ist ab. Wir haben eine Standard-Deluxe-Box komplett in Gold. Auf der Vorderseite lesen wir erstmal alles oder nichts Records präsentiert. Rata, Baba aller Babas und dann haben wir noch Original 43687 stehen. Auf der Unterseite der Box haben wir einen Barcode. Ringsherum um die Box sehen wir nichts. Wie gesagt, die ist komplett vergoldet und auf der Rückseite auch. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und als erstes schauen wir uns natürlich in dem Fall das Wichtigste in dieser Box an, das Album. Auch wenn das jetzt wirklich schon ein bisschen älter ist. Das sind die... Okay, also ich glaube, ich hatte es schon mal in der Bewertung gelesen bei Amazon, dass die Box sehr wenig Inhalt hat. Aber gut, schauen wir uns erstmal das Wichtigste an. In dem Fall das sieben Jahre alte Album. Gönnt euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht habt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, gut. Folie ist ab. Auf dem Cover sehen wir Rata und hier glänzt ein Goldzahn. Auf der rechten Seite ist mir Rata, Baba aller Babas. Ziemlich cooles Album, Cover gefällt mir sehr gut. Und auf der Rückseite sind natürlich die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir auf dem Album 15 Songs. Gut, dann schauen wir mal rein. Wir haben eine goldene CD. Das gefällt mir sehr gut. Das passt natürlich sehr gut zu der goldenen Box. Rückseite ist auch komplett golden. Sehr cool gemacht. Gefällt mir. Dann sehen wir im Hintergrund das Alles-oder-nix-Logo. Gut, schauen wir mal ins Buglet rein. Da sehen wir als erstes Rata mit der Versace. Versace-Kette. Und die ersten vier Songs sind hier aufgelistet. Is da. Ebenfalls Rata. Die nächsten Songs. Okay. Also recht marker, aber alle Songs sind nochmal aufgelistet. Und ein paar Bilder. Und am Ende gibt es noch die Credits. Okay. Rata, Baba aller Babas. Alles-oder-nix. Gut, das war das Wichtigste in dieser Box. Das Album. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, wie viel der Album von Rata ist. Aber mittlerweile hat er ja in den letzten sieben Jahren zwei, drei Alben mehr rausgebracht. Okay. Dann haben wir hier als nächstes noch die Instrumentals in so einer Hülle. Also in so einer Glasisch-Hülle meistens. Ist ja immer so ein Pappschuber. Aber hier ist jetzt eine Glasisch-Hülle, die jetzt schon ein bisschen beschädigt ist. Ach ja. Zwei. Okay. Also einmal die Instrumental-CD. Rata, Baba aller Babas. Und was haben wir hier jetzt noch? Ist natürlich jetzt so doof, dass das so übereinander ist. Eine Acapella-CD zusätzlich. Okay. Die Instrumentals und die Acapella. Okay. Hätte man allerdings natürlich mal in die Hülle reinmachen können. Oder irgendwie wegen CD-CD einen einzelnen Pappschuber. Anstatt jetzt hier so zusammen in so einer Glasisch-Folie. Na gut. Okay. So. Die zusätzlichen CDs, die es hier dazu noch gibt. Dann haben wir jetzt als nächstes ein Poster. Und dann sind wir wirklich fast schon durch. Dann haben wir bloß noch das Ding hier. Und dann... Na gut. Ich glaube, ich weiß schon ungefähr, was drin war. So. Dann haben wir ein einseitig gedrucktes Poster. Auf dem Poster sehen wir natürlich den Interpreten-Rata. Mit einer Knacke hier in der Tasche. Baba aller Babas lesen wir unten. Gutes Format. Also guter Fotodruck. Gute Fotoqualität. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Gut. Ein Poster. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir noch zum letzten Inhalt. In mir ist ja wirklich nicht drin. Da ist eine Kette drin. Erstmal haben wir so eine schwarze Samt-Tasche. Und dann haben wir hier so einen Anhänger drin. So, hier haben wir es erstmal stehen. 1.2.2010 bis 5.12.2014. Ich vermute mal, da hat Rata in Haft gesessen. Und wir haben hier einen Anhänger aus Metall. Hier sehen wir einen Goldzahn. Also den Goldzahn von Rata, den er auf dem Album-Cover zeigt. Da unterlesen wir Rata. Eigentlich recht cool gemacht. Und auf der Rückseite sehen wir jetzt nicht nur meine Fettfinger, sondern auch nochmal 1.2.2010 bis 5.12.2014. Also wo der gute Mann wahrscheinlich eingesessen hat. Dann haben wir hierzu noch so einen kleinen, wie sagt man, Karabiner dazu. Stube so ähnlich. Und dann, naja, recht schöne Kette. Okay, das war der Anhänger mit der Kette. Cool gemacht. Und damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder am Ende. Also mehr ist hier wirklich nicht drin in der Box. Ich werde es euch natürlich ganz kurz nochmal in die Übersicht legen, was ihr in der Box bekommt. Wenn ihr noch eine Box bekommen wollt, je nachdem. Also ihr bekommt einmal das Album Baba a la Babas von Rata mit 15 Songs. Dazu gibt es dann noch die A Cappella CD und die Instrumentes in so einer, ja, durchsichtigen Hütte. Dann ein Poster und die Kette mit dem Goldzahnanhänger und dazu diese Samttasche. Das Ganze für 26 Euro, liebe Freunde. Ich weiß nicht, was die Box 2015 zum Release gekostet hat. Ich vermute mal, da würde die auch so um die 39 Euro gekostet haben. Das war eigentlich eine lange Zeit so ein Standardpreis für die Standard-Deluxe-Boxen. Allerdings muss ich sagen, selbst für 26 Euro finde ich das ein bisschen, ja, sehr wenig Inhalt. Also wenn man damals 39 Euro für die Box bezahlt hat, ja, dann war es wahrscheinlich eine reine Enttäuschung. Also wirklich sehr wenig Inhalt. Ich habe jetzt wie gesagt nur 26 bezahlt, da geht das vielleicht gerade noch so. Aber ich hätte mir zwingend noch ein T-Shirt gewünscht oder eine Autogrammkarte oder irgendwas anderes. Also es ist ein bisschen wenig Inhalt. Aber gut, nur meine Meinung. Das war es soweit, liebe Freunde, mit dem Unboxing. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus in den Ratat. Viel Erfolg auch weiterhin. Und ich hoffe, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war es soweit. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.